Hallo und guten Abend zum neuen Cubase-Anwendertreff. Das hier ist diesmal eine ganz besondere Sendung, dazu gleich mehr. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Holger Steinbrink. Ich bin zertifizierter Steinbeck-Trainer und ansonsten Fachdozent, Medienproduzent, Musikproduzent. Alles, was mit Musikproduktion, vor allen Dingen rund um Cubase, zu tun hat. Und ich denke mal, die meisten werden hier schon mal am Anwendertreff teilgenommen haben. Und es läuft so ab, dass ich ein paar Sachen erkläre, im Cubase zeige und dann können über den Chat Fragen gestellt werden. Das ist heute ein bisschen anders, weil das, was ihr jetzt gerade seht, das bin nicht ich. Das ist auch keine KI, sondern das ist eine Aufzeichnung. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund Nummer eins ist, dass ich im Prinzip im Urlaub bin und nicht die technische Möglichkeit habe, euch Cubase praktisch so live zu zeigen, wie man es jetzt hier sieht. Also, legen wir los. Was ist heute bei Steinbeck passiert? Ja, ganz viel. Steinbeck hat Alien 7 veröffentlicht. Das ist das Erste, was man mitbekommen hat. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Steinbeck-Webseite anguckt, da gibt es auch irgendwie einen Alien Sonic 7 auf einmal. Wo kommt der denn her? Was macht der denn? Dann gibt es eine neue Absolute Collection Nummer sechs. Dann gibt es die Alien Sonic 7 Collection. Also, ganz ehrlich, da blickt vielleicht keiner durch, der sich nicht genauestens damit beschäftigt. Aber ich habe das für euch gemacht. Und deshalb schauen wir uns das einfach mal an. Und ich schalte mal hier meinen Bildschirm um. So, was wir jetzt hier haben, ist, ich fange mal an, die ganz neue, brandneue Alien-Serie. Bisher war es ja so, es gab verschiedene Produkte. Es gab den großen Alien, Version 3, 4, 5, 6 war praktisch die letzte. Dann haben zum Beispiel Cubase-Anwender einen Alien Sonic SE mit im Lieferumfang gehabt. Dann gab es einen Alien Sonic 3 kostenpflichtig zu erwerben. Das war dann so ein kleiner, abgespeckter Alien. Und dann gab es die Absolute Collection mit allen Instrumenten von Steinbeck dabei. Das ist ab heute, ja, ich sag mal, konsolidiert und meiner Meinung nach sogar vereinfacht worden. Das schauen wir uns gerade mal an. Ich habe eine kleine Tabelle hier gemacht zur neuen Alien-Serie. Fangen wir mal an. Das hier ist der Alien 7. Also, Alien 7 ist, wenn man es so will, ein ganz neues Produkt. Das kostet natürlich Geld. Habe ich hier mal mit kostenpflichtig markiert. Und das ist im Prinzip die neue Version der Nachfolger der in Anführungszeichen schon bekannten Alien-Serie. Es gab ja den Alien 3, 4, 5 und bisher den 6er. Der Alien 7 ergänzt das Ganze. Schauen wir uns gleich an. Und es wird natürlich auch Updates geben von den vorherigen Versionen. Das heißt, wenn jemand Alien 6 hat, kann er sich den Alien 7 als Update kaufen und bekommt dann im Prinzip das neue Produkt plus die Neuerungen, die wir uns gleich noch anschauen. Ja, so weit, so gut. Also ein neues Instrument. Das habe ich verstanden. Jetzt geht's weiter. Es gibt einen Alien Sonic 7. Den kann man sich über die Steinberg-Webseite bzw. in seinem Steinberg-Download-Assistenten runterladen. Und hier kommt der erste wichtige Hinweis. Dieses Produkt ist kostenlos. Alien Sonic 7 ist, wenn man so will, der Nachfolger der kompletten Alien Sonic-Serie. Also das, was wir als Alien Sonic 3 SE kennen aus Cubase, ist ja mit dabei. Dann diejenigen, die sich vielleicht irgendwann mal den Alien Sonic gekauft haben als größere Version. Da gab es ja neulich, da gab es ja bis zuletzt noch die 3er-Version. Auch der wird praktisch, wenn man so will, ersetzt durch den Alien Sonic 7. Ein einziger Player. Also man kann sagen, der Alien 7 ist das Instrument aller Instrumente, mit dem man auch selber basteln, editieren, Programme erstellen kann. Und der Alien Sonic 7 ist die dazu aktuelle Abspieleinheit, kostenlos. Was passiert, wenn ich den Alien 7 jetzt kostenlos runterlade und installiere? Dann ersetzt er mir alle Alien Sonic-Derivate, die sich auf der Festplatte befinden. Unter anderem auch den Alien Sonic SE. Gleich mehr dazu in Cubase. Der Hinweis, hier ganz wichtig, ersetzt Alien Sonic 2, 3 SE. Also die werden richtig ersetzt und sind dann in zum Beispiel Cubase nicht mehr aufrufbar. Aber keine Angst, alles was die konnten, kann der Alien Sonic 7 auch und sogar noch mehr. Deshalb hier schon mal der wichtige Hinweis. Wer den Alien Sonic 7 installieren will, kann das bedenkenlos tun. Das ist also die neueste Generation, die neueste Engine, die hier drin ist. Aber wie gesagt, die alten funktionieren dann nicht mehr. Und was ist mit meinen alten Songs? Ja, natürlich funktionieren die doch. Das heißt, wenn ich einen Song öffne, wo ich irgendwie den Alien Sonic 3 oder den Alien Sonic SE bisher benutzt habe, geht automatisch der Alien Sonic 7 auf mit dem entsprechenden Sound. Also man verliert hier nichts. Ich habe das auch eingehend getestet. Es funktioniert nahtlos. Selbst Uraltprojekte lassen sich öffnen und der Alien Sonic 7 ist ab sofort mit am Start. So, was haben die beiden hier auch noch neu? Ganz wichtig, die nutzen natürlich den neuen Steinbeck Activation Manager. Also diese neue Steinbeck Lizenzierung brauchen keinen Dongle mehr. Ja, wenn jemand jetzt den Alien Sonic 3 oder 2 hatte, dann hatte er nicht nur einen Abspielplayer, sondern er hatte auch Sounds und Instrumente. Also ganz viele, wie beispielsweise Synthesizer oder Drumcomputer, Pianos, Streicher, was auch immer. Das hat der Alien Sonic 7 in der kostenlosen Version nicht. Das ist wirklich nur ein Player. Ja, da sind keinerlei Sounds dabei. Möchte ich Sounds haben, brauche ich die Alien Sonic 7 Collection. Die kostet Geld, wenn man die ganz neu kauft. Da wird es, soweit ich weiß, aber auch Upgrade-Fade geben. Zum Beispiel, wenn man einen Alien Sonic 2 oder 3 hat. Das waren ja auch kostenpflichtige Produkte. Also kann man dann ein Update kaufen. Was bekommt man hier? Hier bekommt man den Alien Sonic 7, der wir wissen ja kostenlos ist. Und das Wichtige steckt in der Collection. Nämlich alle Soundsets, die natürlich auch beim Alien 7 dabei sind. Das werden wir uns gleich noch angucken. Plus die ganz neuen Instrumente, wie zum Beispiel FM Lab oder Tails. Die sind ganz neu. Auch das ist hier dann mit dabei. Und die im Prinzip unterscheiden sich wirklich nur durch diesen Content. Nicht durch den eigentlichen Player, wie das früher der Fall war. Da war Alien Sonic 2 oder 3 irgendwie anders als der SE. Nee, das gibt es nicht mehr. Und es gibt noch ein neues Produkt. Es gibt ja von Steinbeck die Absolute Collection. Das ist eine Sammlung von nahezu allen Instrumenten und ganz vielen Sounds von Steinbeck. Die ist auch neu erschienen als Absolute 6 Collection. Und in der Absolute 6 Collection, was haben wir da drin? Kostenpflichtig natürlich. Da haben wir ab sofort den Alien 7 komplett mit dabei. Also da war ja vorher der Alien 6 mit dabei. Da ist jetzt der 7 mit dabei. Mit natürlich den neuen Sounds und natürlich auch der Alien Sonic 7. Die Collection, wenn man es so will, das ist alles hier drin. Mehr ist da nicht passiert. Und auch hier, das kann man ganz neu kaufen, dieses Produkt. Und da wird es auch Upgrade-Fade geben. Zum Beispiel von der Absolute 5 Collection. Auf der Steinbeck-Webseite einfach mal nachschauen, wie viel das kostet. Also auf den ersten Blick etwas verwirrend. Aber letztendlich finde ich es gut, dass Steinbeck hier jetzt Sachen zusammengeschlossen hat. Und hat das auch alles 7 genannt. Also solche Sachen wie dann Helion Sonic 4, 5, 6 oder SE 4, 5. Das ist alles weggefallen. Wir sind also jetzt hier bei der 7er Serie. Gut. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal in Cubase an. Weil es ist ja ein Cubase-Anwendertreff. Und ich möchte natürlich nicht versäumen, diese neuen Produkte vorzuführen. Deshalb direkt rein in Cubase. Und hier sind wir schon. Ich habe jetzt hier ein leeres Projekt und habe hier die beiden Instrumente geladen. Wir fangen mal mit dem Helion Sonic 7 an. Den mache ich mal auf. So. Der sieht jetzt so aus. Das, was einem ganz bekannt vorkommt, ist dieser Teil hier. Kennt man. Ist praktisch identisch mit den alten Helion Sonic Versionen. Beziehungsweise auch dem Helion Sonic SE. Neu ist hier an der Seite diese Media Bay. Und hier ist es ganz wichtig, diese Media Bay ermöglicht es mir, einfach alles leichter und besser zu laden. Und das schauen wir uns mal gerade an. Diese Media Bay hier ist auch ein bisschen, ich sag mal, aufgepumpt worden. Die alte war so, ich sag mal, ein bisschen verkopft, kann man nicht sagen. Aber durchaus etwas merkwürdig zu bedienen. Und hier hat man sich so ein bisschen an grafischen Elementen bedient. Und vor allen Dingen, was so die Attribute betrifft, da hat man ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Zum Beispiel Firmen wie Arturia und Native Instruments machen das auch mit diesen Labels, die beschriftet sind. Das kann ich auch hier dann nutzen, finde ich ganz gut. Kann hier zum Beispiel auch den Bereich dementsprechend größer machen. Und vor allen Dingen das, was immer bei Steinbeck schon, was es schon lange gibt, was beliebt ist, sind diese sogenannten Instrumententeils hier mit den Symbolen drauf. Und da kann ich direkt die entsprechenden Soundsets laden. Und da gucken wir mal gerade rein, ohne zu viel zu verraten. Wenn ich mal hier durchgehe, sehe ich zum Beispiel, dass hier sämtliche, ja, ich sag mal, Soundsets oder Instrumente drin sind, die beim Halion drin sind. Zum Beispiel, wer einen Halion 6 hatte, der kennt vielleicht auch Anima oder Auron. B-Box wird hier auch direkt automatisch geladen. Neu, FM Lab. Oho, FM steht für Frequenzmodulation. Spannendes Thema. Dazu gleich mehr. Und hier, ganz interessant, hier sind meine Cubase-Instrumentensets. Ich habe ja hier Cubase installiert. Und in Cubase gibt es ja auch die verschiedenen alten Halion Sonic SE-Soundsets. Die sind auch hier drin, werden erkannt und können ganz normal geladen werden. Deshalb verliert man auch keine Sounds. Im Gegenteil, man bekommt unter Umständen sogar mehr dabei. Als Beispiel, wenn jemand kein Produkt kauft, sich nur den Halion Sonic 7 bei Steinberg runterlädt, installiert den, erhält er den. Und hier werden alle Sets angezeigt, die er auch vorher schon im Halion Sonic SE drin gehabt hat, beziehungsweise vielleicht in anderen Halion Sonic oder Halion Derivaten. Zum Beispiel den Trip, das ist auch Bestandteil von Cubase. Ich habe hier zum Beispiel die HSO, das Halion Symphonic Orchester. Das ist überhaupt kein Bestandteil von Halion beispielsweise. Aber ich habe das mal irgendwann erworben. Deshalb taucht das auch hier alles mit auf. Und hier haben wir auch ein neues Instrument, Tails. Dazu auch gleich mehr. Also alle Instrumente sind hier drin. Und das Laden geht relativ einfach. Nur mal als Beispiel. Ich würde gerne mal zum Beispiel aus... Gehen wir mal hier unten rein aus dem Skylab Synthesizer einen Sound laden. Dann klicke ich einfach mal kurz hier drauf. Dann geht die Liste auf. Und hier oben habe ich schon mal so verschiedene Attribute zur Auswahl. Und was mir vielleicht ganz gut gefällt, ich hätte gerne so einen Moving Sound. Also klicke ich hier drauf. Dann wird das hier oben gehighlighted. Und hier in der Liste werden alle Moving Sounds angezeigt, die sich in irgendeiner Form bewegen. Und jetzt kann ich noch Synthpad mit dazu nehmen als Auswahl. Dann wird diese Liste wieder etwas kleiner. Und Dark nehme ich noch mit dazu. Und dann haben wir hier noch 14 Sounds, die überbleiben. Und ich klicke jetzt mal einfach diesen hier doppelt an. Und dann ist dieser Sound drin. Und... Ja, klingt Dark, ist ein Synthpad und Moving. Da ist eine Bewegung drin. Wenn ich jetzt die Attribute wieder entfernen möchte, also aus der Suche, kann ich im Prinzip zum Beispiel hier auf Moving klicken, auf das X. Und schon sind alle Sounds mit Moving wieder raus. Aber alle beiden anderen Attribute, Dark und Synthpad, bleiben noch drin. Ich kann hier oben die gesamte Suche zurücksetzen. Reset Filter. Dann kann ich wieder ganz zurück. Und wenn ich hier oben auf das All-Teil gehe, erreiche ich wieder meine Liste. Das ist also meiner Meinung nach viel, viel besser gelöst als vorher. Ich kann natürlich auch hier eine Volltext-Suche machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sound suche, der einen Choir, also einen Chor drin hat, klicke ich das an, bekomme hier unten auch die Instrumentensounds jetzt angezeigt, wo Chöre enthalten sind. Zum Beispiel tauchen hier dieser Tails oder so. Das taucht hier gar nicht auf, sondern nur die Sets, wo das drin ist. Ich möchte gerne einen Choir, also einen Chorsound aus dem Hellion Thron haben. Klicke hier drauf und dann bleiben hier immerhin noch welche über. Die kann ich auch per Drag & Drop hier rüberziehen und dann wird das geladen. Ja, und so funktioniert das Ganze. Auch hier kann ich die Suche wieder zurücksetzen. Und was ich hier auch noch neu habe, ist ein Browser. Mit dem Browser kann ich direkt auf meine Festplatte zugreifen. Diese Suche hier ist ein bisschen akademischer. Dann kann ich nämlich auch hier auf die VST-Sounds und kann mir die Sounds jetzt, die VST-Presets hier anzeigen lassen. Da ist die andere Darstellung besser. Aber das ist unter Umständen noch wichtig. Wenn ich zum Beispiel mit eigenen Sounds oder Samples arbeite oder beispielsweise habe ich Sounds exportiert und habe die auf einen neuen Computer übertragen, dann kann ich die hier zum Beispiel direkt laden. Das wird gleich beim Hellion 7 natürlich auch noch wichtiger. In den meisten Fällen, meiner Meinung nach, wird man hier mit der Media bearbeiten. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, soviel zum Hellion Sonic 7. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeiten, ganz normal Effekte einzustellen, Multisounds, Options, all das, was wir schon beim SE kennen. Die Möglichkeit ist aber hier, je nachdem, was ein Entwickler freigegeben hat, kann ich hier sogar noch tiefer unter die Oberfläche gehen, als das bei früheren Versionen der Fall war. Hier haben jetzt ja zum Beispiel, dieser Sound hat jetzt eine eigene Bedienoberfläche, das kennt man ja. Aber ich gehe mal gerade zurück und gehe mal zum Beispiel auf den Hellion Sonic Factory Content, den man ja auch dann hat, wenn man sich im Prinzip, wir erinnern uns, die Hellion Sonic 7 Collection erwirbt. Und jetzt gucken wir mal gerade, jetzt kann ich mal gerade mit dem Doppellick diesen Sound laden. Und was jetzt hier ganz sinnvoll ist, hier bekomme ich jetzt Bedienelemente angezeigt, wo ich wirklich unter der Oberfläche, selbst mit der kostenlosen Version, was ins, ja, editieren kann. Das konnte ich vorher nur mit dem großen Hellion Sonic und natürlich mit dem Hellion machen. Das geht. Aber Achtung, das wird nicht bei jedem Sound gehen. Der Entwickler muss das dementsprechend freigegeben haben. Und hier in dem Fall ist es so. Das heißt, das ist jetzt ein Soundset aus dem, in Anführungszeichen, alten Hellion Sonic. Und damit, dass ich das lade, habe ich hier alle Möglichkeiten, auch dieses alten Hellion Sonics da. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auf die Hüllkurven zurückgreifen, wenn ich möchte. Ich kann hier ja verschiedene LFOs anwählen, wenn ich möchte. Ich kann den Step-Modulator, die Matrix anwählen. All das, was ich vorher auch schon konnte, das kann ich hier alles einstellen. Und auch hier habe ich Zugriff auf diese Insert-Effekte, die vielleicht hier mit drin liegen. Aber das geht nicht bei allen Sounds. Gehen wir mal zurück und gehen wir mal zum Beispiel auf den Cubase-Content Hellion Sonic Artist. Nehmen wir mal hier irgendeinen Sound. Und da habe ich, wie man hier sieht, nur eine Standard-Oberfläche. Ich komme noch in den Programmbereich rein, wo ich den hier leeren kann, den Sound. Das ging, glaube ich, vorher auch nicht so ohne weiteres. Aber hier komme ich nicht weiter. Also wie gesagt, der Entwickler bestimmt, was ihr dann damit letztendlich machen könnt. Ja, soviel an dieser Stelle erstmal zum Hellion Sonic 7. Und ich mache den mal wieder zu, weil alles Weitere, das gucken wir uns natürlich jetzt in der großen Version an. Ich werde auch nochmal darauf hinweisen, ob sowas dann auch in der Hellion Sonic 7 Collection möglich ist. Gehen wir mal hier hin und machen den dann mal auf. Ja, so sieht Hellion 7 aus. Was ist das denn jetzt? Was wir hier sehen, ist im Prinzip so eine Art Homescreen, vergleichbar mit dem Steinberghub, den man kennt, wenn man Cubase öffnet. Also ich habe hier die Möglichkeit, mir bestimmte Dinge auszusuchen, die ich gerne machen möchte. Ich kann einmal Play, also ich kann einmal einfach nur sagen, ich möchte den Hellion Sonic als reines Abspielgerät nutzen und möchte zum Beispiel mit Single-Instrumenten einfach ein Instrument laden und spielen und Musik machen. Dann kann ich hier draufklicken, das machen wir auch gleich und kann damit arbeiten. Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, ich möchte gerne für zum Beispiel mir ein Live-Setup zusammenstellen, wo ich ein paar Layer-Sounds und Split-Sounds habe. Dann baue ich mir ein Multi-Instrument zusammen. Dann bekomme ich Bedienelemente angezeigt, die mir das ermöglichen. Ich kann aber auch das Default-Screen-Set öffnen. Das ist eine Übersicht des Hellion 7, die ich mir selber zusammenbauen und abspeichern kann. Oder ich kann hier direkt verschiedene abgespeicherte Sets hier nutzen. Basic, Advanced-Set oder sowas, dazu gleich noch mehr. Also ich suche mir aus, was ich mit dem Instrument mache. Wir werden gleich natürlich erstmal spielen. Oder ich baue mir Instrumente. Vielleicht hier nochmal der Hinweis für diejenigen, die immer bisher dachten, Ja, der Hellion 7 oder generell der Hellion, das ist irgendwie ja ein großes Instrument. Das ist so ein Sample-Player wie auch der Contact. Nein, es ist weitaus mehr. Der Hellion ist seit einigen Generationen nicht nur ein Sample-Player. Damit hat er mal angefangen. Also Samples laden und abspielen. Sondern er ist ein Instrumentenbaukasten, der nahezu alles an Synthesemöglichkeiten beherrscht, die es auf dem Markt gibt. Das kann ich hier mitmachen, wenn ich hier selber ein Instrument baue. Ich kann zum Beispiel einen Analog-Synth mir bauen. Der Hellion 7 hat eine komplette Analog-Synth-Engine unter der Haube. Ja, wer mit dem Retrolog gearbeitet hat, der kennt die, weil im Prinzip ist das ein Retrolog. Dann gibt es eine Wave-Table-Engine. Wave-Tables sind ja sehr angesagt im Moment durch virtuelle Instrumente wie Serum. Hier habe ich einen ganz hochwertigen Wave-Table-Synth drin, mit dem ich sogar selber Wave-Tables erstellen kann. Dann neu die Spektral-Synth-Einheit. Ich kann ein Sample laden, das Spektral analysieren lassen und praktisch per Resynthese dann wieder abspielen lassen. Das gucken wir uns gleich noch an. Super Funktion. Und meiner Meinung nach das eigentliche Highlight, die FM-Engine, FM-Synth. Und wir haben hier nicht nur ein bisschen Frequenzmodulation mit so zwei, drei Operatoren, wo man so ein bisschen was machen kann. Sondern, wenn man sich mal überlegt, wer hat FM erfunden? Ja, es war ein amerikanischer Professor, aber im Prinzip aufgekauft wurde damals dieses Patent von Yamaha. Und Yamaha hat diese Technik weiterentwickelt und damals mit dem DX7 eigentlich den ersten kommerziell richtig erfolgreichen Synthesizer auf den Markt gebracht. Und FM ist heute ja Bestandteil von vielen Engines. Unter anderem, wie gesagt, wenn man so will, hat Yamaha meiner Meinung nach die meiste Erfahrung mit FM. Und die FM-Engine, die im Moment so das Maß aller Dinge darstellt, ist die FM-X-Engine im großen Montage. Das, was wir hier haben, ist die FM-X-Engine aus dem Montage plus sogar noch mehr. Das heißt, das, was wir hier haben, ist wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt die leistungsfähigste FM-Engine, die man überhaupt irgendwo auf dem Markt findet. So, Punkt. Das muss ich erst mal sacken lassen. Kein Problem, wir gucken uns das gleich an. Dann kann ich den Helion als Sampler nutzen. Ganz normale Samples laden und anordnen. Achtung, der Helion kann auch selber sampeln. Das gucken wir uns gleich auch mal kurz an. Ein Granular-Synthesizer ist drin. Samples werden granular abgespielt. Und ein Orgel-Instrument mit Zugregeln ist auch noch drin. Ja, super, ne? Also, hier habe ich im Prinzip den Hub. Und wir starten einfach mal, indem ich einfach mal hier auf Single-Instrument klicke. Und jetzt geht was auf. Hm, sieht ein bisschen aus, wie wir das eben hatten. Wie der Helion Sonic 7, oder? Ja, ist es auch. Hier in dem Fall, außer dass hier oben Helion 7 steht, habe ich genau Zugriff auf alle Instrumente, die mitgeliefert werden. Plus alle, die ich vielleicht installiert habe. Zum Beispiel das Amt Elektra habe ich noch mit dabei. Und ich kann hier einfach Sounds laden und spielen. Ja, jetzt kann man sich aussuchen, wenn man nur spielen will. Mache ich das mit dem Helion Sonic 7, den ich installiert habe, oder mache ich das mit dem Helion 7? Kann man sich aussuchen. Ich mache das ganz oft hier mit dem Helion 7 in dieser ganz vereinfachten Darstellung. Und wir gucken uns hier ganz am Anfang mal einfach das FM-Lab an. Klicke ich mal drauf. Und jetzt sind hier die Sounds drin. Ich muss dazu sagen, ich habe mir hier schon einen Sound vorbereitet. Nämlich hier ein E-Piano. Auch hier kann ich einfach doppelklicken. Und das ist geladen. Und wenn es eine Bedienoberfläche hat, wie hier, geht das auf. Das ist jetzt ein neues Instrument, das beim Helion 7 dabei ist. Und natürlich bei der Helion Sonic 7 Collection. Und wenn man die Absolute 6 Collection hat, ist natürlich der Helion 7 mit dabei. Und damit auch dieses Instrument. Nicht dabei, nochmal zur Wiederholung, wenn man nur den Helion Sonic 7 als kostenlose Version runterlädt bei Steinbeck. Da ist es nicht dabei. Ich glaube, jetzt hat man das langsam verstanden. So, was macht das Ding jetzt? Das ist ein E-Piano. Ja, das kennt man vielleicht. Klingt nach altem DX7. Und wenn ich jetzt anfangen würde, FM-Synthese im Detail zu erklären, darf ich darum bitten, wer hat bis zum Wochenende Zeit, sitzen zu bleiben. Das ist mit die komplexeste, ja, ich sag mal, Syntheseart, die es gibt. Und die wurde aber hier in dem Instrument sehr, sehr vereinfacht. Und ich will nur mal gleich einen ganz groben Überblick geben. Wer mich kennt, der weiß, wenn irgendwas Neues von Steinbeck kommt, gibt es von mir natürlich Tutorials dazu. Und vollkommen uneigennützig habe ich natürlich, sage ich jetzt an der Stelle, auch zum Helion 7 ein neues Tutorial gemacht. Und dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Aber hier in diesem Tutorial kann ich nur sagen, erkläre ich das Ganze natürlich richtig im Detail, sodass man das wirklich in Ruhe zu Hause lernen, ausprobieren kann und danach hoffentlich auch ein bisschen FM beherrscht. Und ich möchte hier nur mal Folgendes zeigen. Das Instrument ist aufgebaut in einen FM-Oszillator, der hier sitzt, der den eigentlichen Klang erzeugt. Dahinter haben wir eine Einheit, wo ich die Tonhöhe ändern kann, ein Filter, der jetzt sogar ausgeschaltet ist und ein Amplifier. Das, was man aus normalen Synthesizern kennt. Und hier unten gibt es eine Effekteinheit, die ist auch fest integriert mit fünf Inset-Effekten, die man hier drin hat, plus ein paar Einstellungen zum Thema Stimmenverwaltung, zwei LFOs, sogar hier zwei weitere. Also wenn man es so will, vier LFOs, eine Benutzerhöhekurve, ein Step-Modulator, eine Modulationsmatrix und, ganz wichtig, eine Importseite. Das ist für mich auch eine ganz tolle Funktion. Wer mal ins Netz geht und dort mal nach DX7, ich sag mal, Sounds sucht, der wird relativ viele kostenlose Sounds im Syssex-Format finden, die man normalerweise umständlich dann über MIDI in den DX7 reinladen kann. Geht mal hin, ladet euch mal so ein paar Soundbänke runter, importiert die hier rein. Kann man hier einfach draufklicken auf den Pfad, dann werden die hier angezeigt, wo sie auf der Festplatte sind und dann draufklicken. Und schon habe ich diese Sounds hier drin und kann die nutzen. Das heißt, ich glaube im Netz, schwirren, ich will nicht lügen, 20.000, 30.000 FM-Sounds für den DX7 runter, praktisch hin und her. Die kann man runterladen und kann die dann nutzen. Das ist wirklich Hammer. Ich habe hier von Brian Eno irgendwie vier Sounds jetzt, die er mal für irgendeinen Film verwendet hat. Und die habe ich jetzt hier auch und kann die einfach anklicken und laden. Das mache ich jetzt natürlich an der Stelle nicht. Also ich kann die importieren. Und hier kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Wenn die jetzt abgespielt werden, befinden die sich im DX7-Modus mit den Restriktionen. Das Gerät ist von 1983, relativ alt. Ich kann die aber auch umschalten auf die FMX-Engine. Das heißt, hier habe ich die erweiterten Möglichkeiten und auch den Sound, den Sound, der etwas feiner rechnet und sauberer rechnet als im Prinzip der alte DX7-Modus. Und weshalb der Helien noch mehr kann, der Helien hat ja noch ein paar andere Möglichkeiten, auch was Berechnung betrifft. Und deshalb gibt es auch einen Helien-Modus, der diese DX-Synthese und die FM-Synthese noch mal anders rechnet, sodass man noch mal ein anderes Ergebnis bekommt. Und was einem jetzt besser gefällt, das sollte man ausprobieren. Das hat zum Beispiel der Montage nicht. Also Montage hat keinen Helien-Modus. Das wäre jetzt zum Beispiel auch so eine schöne Erweiterung. So, gehen wir mal hier wieder zurück. Was wir jetzt hier haben, sind ganz einfache Bedienelemente. Wir haben übrigens, ach so, habe ich vergessen, noch einen Arpeggiator drin. Jeder, der den Retrolog oder den Pet Shop hat, der kennt diesen. Der kennt diesen Arpeggiator. Ja, eigentlich genau das Gleiche. Uns interessiert aber natürlich der Synth. Und hier hinter, also hier versteckt sich jetzt im Prinzip der FM-Oscillator. Und FM werde ich gleich mal ganz kurz innerhalb von drei Minuten einen Überblick geben, was FM macht. Hier habe ich die Möglichkeit, mit einem, ich sage mal, Makro-Regler mehrere Parameter gleichzeitig zu ändern, sodass der Laie auch wirklich ganz schnell hier einen Sound laden und kann hier dran drehen. Es passiert, was sinnvoll ist, hoffentlich. Machen wir mal. Das klingt so ein bisschen wie, ja, dumpfer und heller. Hört sich an, als würde man eine Hüllkurve kürzer oder langsamer machen. Mal gucken, ob hier mehr passiert. Und hier kann man schon mal sagen, je intensiver FM genutzt wird, also je mehr Oszillatoren, sage ich jetzt mal, miteinander verknüpft und moduliert werden, desto eher wird das Ergebnis chaotisch und geht ins Rauschartige rüber. Und sowas mache ich hier gerade. Hier kommt fast nur noch Rauschen raus, aber ich kann das schön dosieren. Und dann gibt es noch ein Feedback. Das kann aber sein, dass das nicht immer funktioniert, weil FM-Feedback muss natürlich im Sound eingerichtet werden. Ich würde mir jetzt gerne mal angucken, wie der Sound aufgebaut ist. Kann ich das hier auch machen? Weil bisher ist es ja ein normaler Synthesizer und man möge es mir verzeihen, das mache selbst ich. Ich suche mir einen Sound aus, lade den, vielleicht ein paar kleine Modifikationen an den Effekten, mache mal einen Filter zu oder sowas, mache den mal ein bisschen lauter oder leiser und spiele damit und mache damit Musik. Aber die Kiste hier ist auch zum Programmieren da. Und deshalb gehen wir jetzt mal und klicke mal auf FM-Oskar rein. Hilfe! Hier sind wir in den Tiefen der Engine. Und zwar, ein Sound kann aus bis zu acht Oszillatoren bestehen. Die werden übrigens Operatoren genannt, deshalb OP1. Die kann ich hier alle umschalten. Die haben alle die gleichen Bedienelemente, können verschiedene Wellenformen haben. Nicht nur wie früher der DX7 eine Sinuswellenform, sondern ich habe hier ganz viele verschiedene Wellenformen drin. Auch aus dem TX81Z, wen das interessiert, oder FMX-Wellenformen mit ungeraten Harmonischen und so weiter. Das heißt, da kann man schon sehr viel mitmachen. Eine Hüllkurve dafür und hier, das ist das Kernstück, die Verknüpfung, wie diese Operatoren sich gegenseitig beeinflussen. Dafür gibt es im Prinzip noch weitere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich hier auf die Algorithmus-Edit-Page gehen. Hier sehe ich die Oszillatoren, wie die was machen. Und hier kann ich auch hingehen und kann zum Beispiel, ja ich sag mal, Operatoren wirklich komplett auch ausblenden. Das kann man so machen. Kann die, wenn man möchte, auch hier oben ausschalten. So. Ja, das geht halt alles. Und dann bleibt der Sound hier unten noch über. Nehmen wir mal den hier in der Mitte. So. Und der Sound hier, wenn ich den anschaue, das ist im Prinzip Operator 8. Der unterste, den hören wir immer. Und Operator 7 ist der, der den 8er moduliert. Und jetzt kann ich im Prinzip hier auf den 7er gehen und kann hier den 8er modulieren lassen und kann mir hier eine Höhlekurve einstellen. Und hier merkt man schon ein bisschen, welche Richtung das geht. Was ganz wichtig ist, die Stimmung der Oszillatoren und das Frequenzverhältnis spielen eine ganz große Rolle. Im Moment haben wir hier eine Kursstimmung von 1. Das war eben noch ein E-Piano, wir erinnern uns. Kann das kürzer machen? Damit kann ich halt Filter und alles simulieren. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ich gehe mal hier auf die Algorithmus-Finder-Page. Das sind alles Verknüpfungen, die hier drin sind. Eben die originalen DX7-Algorithmen, die FMX-Algorithmen vom Montage sind hier drin. Dann sind hier die Algorithmen drin. Auch hier unten vom TX-816, vom TX-81Z. Das ist drin, TX-816 glaube ich nicht. Aber das sollte eigentlich alles hier ausreichen. Als Verschaltung kann ich machen. Hier oben kann man Feedback setzen. Das heißt, Oszillatoren werden in sich selber rückmoduliert. Und es entstehen neue Klangfarben, neue Obertöne. Ich möchte an der Stelle jetzt hier abbrechen, weil hier könnten wir uns stundenlang mit beschäftigen. Ich kann nur Folgendes sagen. Einfach Sounds auswählen und einfach mal spielen. Ich kann hier einen Doppelklick drauf machen. Auch das ist FM. FM ist nicht nur E-Piano oder irgendwelche glockenartigen Klänge. FM kann brachiale Bässe machen. FM kann solche schönen Pads machen. Und wie man hier sieht, hier sind über 300 Sounds mit dabei, die ich einfach anwählen. Sowas beispielsweise. Ich klicke einfach mal wahllos rein. Und wir probieren hier nochmal zum Abschluss. Und am normalen Filter. Ich kann gar nicht aufhören. Und da vergesse ich glatt, dass ich ja gerade in einem Anwender-Treff halb live mit dabei bin. Okay, gehen wir mal wieder raus. Also das ist das FM Lab. Und wir gehen mal weiter zum nächsten neuen Instrument. Da will ich ein bisschen schneller durchgehen. Tails nennt sich das. Tails kommt von Geschichten, Märschen oder was auch immer das bedeutet. Und auch hier lade ich mal gerade den Standardsound. Der Standardsound, wie man hier sieht, steht an Open Tuned Guitar. Es ist auf den ersten Blick eine Gitarre. Und zwar so ein bisschen akustikmäßig klingt das Ganze. Es ist aber kein eigenes Gitarrentool. Weil wer mal, ich gehe nochmal gerade hier raus, wer Cubase 12 hat, der kennt Wurf. Wurf ist ja auch ein Piano. Und da kann man verschiedene Layer-Sounds dazu laden. Genau das gleiche macht Tails auch. Eine relativ simple Bedienoberfläche. Und dann kann ich was dazu nehmen. Das ist jetzt der Standardsound. Da ist jetzt halt eine Gitarre drin. Ich zeige schon mal gerade einen ganz kleinen Trick. Weil wir sind ja hier im Hellen drin. Und ich möchte jetzt gerne hier an dem Sound was editieren. Ich bin zwar jetzt hier in der Lademaske, wo ich einfach nur Sounds spielen kann. Ich kann aber jederzeit hier oben zum Beispiel mein Screenset auf Advanced umschalten. Und habe jetzt hier weitaus mehr Zugriffsmöglichkeiten. Ich mache mal gerade was, ohne es jetzt näher zu erklären. Ich gehe jetzt mal in den Midi-Mod-Bereich. Aktiviere jetzt mal zum Beispiel den Flex-Phraser dafür. Und lade mal einfach zum Beispiel bei, wo haben wir denn hier, Gitarre. Strumming-Gitarre. Da kann ich also jetzt hier so ein Strumming machen. Das ist im Prinzip so eine Art Luxus-Arpeggiator. Den habe ich jetzt einfach mal dazu geschaltet. Ich schalte den aber jetzt wieder ab. Und gehe wieder zurück hier auf die Makropage. Das, was wir hier haben, ist eine Gitarre. Die kann ich näher oder ein bisschen weiter weg klingen lassen. Also kann hier relativ viel machen. Und wenn ich den Balanceregler mal zu 100% in den Bereich klicke und die Textur aktiviere. Merkt man, das ist so ein atmosphärischer Synthesizer für Texturen. Und das kann ich mischen mit der Gitarre. Und schon klingt es gar nicht wie eine Gitarre, sondern Und ich kann auf die Gitarre klicken. Kann hier zum Beispiel die Anschläge ändern der Gitarre. Und Harmonics. Ein bisschen auf die Distanz, auf die Klangfarbe, Einfluss nehmen auf eine Kompression, das Reverb-Send, ein bisschen Saturation kann ich mal. Alles Parameter, die direkt was machen, Wo ich einfach ganz schnell den Sound anpassen kann. Für die Textur kann ich das auch. Dann wird es hier grün. Kann hier verschiedene Samples aussuchen. Zum Beispiel Orchestral Strings im Hintergrund. Mit Attack und Release. Zum Beispiel kann das langsam einblenden lassen. Und habe dann noch eine Effekteinheit, Wo ich für die Gitarre ein eigenes Delay habe. Na, das ist Achtel, ist ein bisschen, Machen wir schon ein Viertel. Ein bisschen höheres Delay. Ein bisschen höheres Feedback. Und für die Textur habe ich auch ein Delay drin. Verschiedene Effekttypen auch. Und ein globales Reverb. Also, das ist auch einfach ein Instrument zum Musikmachen. Und solche Instrumente kennt man ja mittlerweile von vielen Herstellern. Native Instruments macht sowas. Arturia mit der Augmented-Serie. Und sowas haben wir, wie gesagt, auch jetzt hier im Halien drin. Also ein einfach zu bedienendes Instrument. Das ist also praktisch das Gegenteil von dem FM Lab, was ein hochkomplexes Instrument ist. Und Tails ist halt hier dann die entsprechende, simple Variante, um einfach Musik zu machen. Können wir hier wieder das Ganze schließen. Und das war also Tails. Und wir haben jetzt, oder beziehungsweise sehen jetzt auch schon, dass wir im Halien jetzt hier das Ganze erweitert haben. Das sind jetzt schon Bedienbereiche, Bereiche, die kennt man vielleicht aus früheren Versionen. Da hat sich auch nicht viel geändert. Ich habe auch hier, das Ganze ist ein modulares Instrument. Ich kann mir das komplett zusammenbauen mit verschiedenen Seiten, die ich mir hier anlegen kann. Und auch hier, das zeige ich natürlich alles in meinem Tutorial, was man damit machen kann. Vor allen Dingen ist es diesmal so, dass ich nicht einfach gesagt habe, ja, ich gehe jetzt Modul für Modul durch und erkläre einfach die Regler. Das gibt es auch. Das nennt sich aber als Referenzkapitel bei dem Tutorial drin. Es geht bei diesem Tutorial hauptsächlich um praktische Anwendung. Deshalb gibt es einen ganz großen Praxisteil, wo ich Sounds baue und die auch einsetze und dabei die verschiedenen Möglichkeiten nutze. Wir machen mal eine Möglichkeit. Ich klicke mal mit der rechten Maustaste hier drauf und erzeuge mal ein Init-Programm, zum Beispiel für den AnalogSynth. Dann muss ich auf den Edit-Bereich, in den Zone-Editor. Ich kann jetzt hier loslegen und mir direkt einen Sound bauen. Das mache ich mal gerade ganz schnell. Einfach mal mit Multi-Ozillatoren. Und dann gehen wir direkt weiter auf die Filter-Page. Machen wir mal einen Tube-Try-Filter. Ich würde gerne jetzt zum Beispiel Cut-Off mit einem LFO modulieren, dass das auf und zu geht. Das ist jetzt zum Beispiel auch neu. Ich kann das hier direkt, muss nicht in irgendeine Modulationsmatrix, sondern kann den Regler anklicken. Der wird hier unten angezeigt. Kann Plus klicken. Kann direkt eine LFO hinzufügen. Der wird mir hier unten angezeigt. So, mach den auf. Ich würde gerne die LFO editieren. Dazu gibt es ja so ein kleines Fall-Symbol. Und ich springe direkt auf die LFO-Seite. Das geht es zum Beispiel dann dementsprechend auch. Also, das ist neu, diese Modulationen einrichten. Das geht viel, viel schneller als für jeden, der Sounddesign gerne mag oder macht. Der Workflow wurde hier massiv überarbeitet und man ist viel schneller. Können wir mal hingehen und können sagen, ja gut, hier gibt es die Möglichkeit, auch eine Filterhüllkurve laufen zu lassen. Die braucht man nicht zuzuweisen. Und die Filterhüllkurve findet man hier oben im Hüllkurvenbereich. Und auch das ist neu überarbeitet worden. Ich habe jetzt hier verschiedene Werkzeuge, um Hüllkurven besser zu zeichnen. Und das ist nicht eine normale, für die, die sich auskennen, ADSR-Hüllkurve mit vier Phasen, sondern hier sind 128 Phasen drin. Da kann ich beliebig lupen. Die kann ich zum Songtempo synchronisieren. Also, das ist im Prinzip, hier kann ich verschiedene Formen auswählen, die ich dann dementsprechend schon hier so zeichne und habe dann halt... Hier hören wir schon, was passiert. Das habe ich jetzt mit zwei Mausklicks gerade gemacht. Ist also wirklich absolut klasse, damit arbeiten zu können. Ansonsten diese verschiedenen Möglichkeiten wie Filter, Amplifier und so weiter, Envelopes und LFOs sind gleich geblieben. Was neu ist, es gibt einen XLFO. Es ist ein relativ komplexes Teil. Das sind praktisch zwei LFOs, wo ich im Prinzip unterschiedliche Wellenformen auswählen kann, die ich modulieren kann. Das heißt, ich kann zwischen diesen Verläufen hin und her springen und das zweimal in zwei Ebenen, sodass ganz komplexe, ja, ich sage mal, eine Mischung aus LFO, Hüllkurve, Modulator, was auch immer rauskommt. Also nochmal mehr Möglichkeiten, als man das vorher hat. Also Wahnsinn ist das. Und bei ganz vielen Modulen gibt es auch hier oben einen Punkt, wo man zum Beispiel Presets wählen kann. Also das ist jetzt hier nicht der Fall, aber wir können ja mal gerade zum Beispiel in die normalen Hüllkurven gehen. Da kann man hier zum Beispiel verschiedene Hüllkurven schon aussuchen, zum Beispiel so eine Loop-Hüllkurve und kann die hier sogar durchschalten. Auch das ist was, relativ intuitiv kann man hier vorgehen und wenn man nachher seine Modulationen generell überprüfen will, gibt es ja hier die Modulationsmatrix, wo wirklich alles angezeigt wird, meine 32 Modulationen, die hier möglich sind. Das ist also mehr als genug, wenn man so sagt. Auch das ist, wie gesagt, alles neu überarbeitet worden und viel intuitiver im Zugriff. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich hier in der Zone bin, mir gefällt der Analog-Ozillator nicht. Das ist jetzt ein bisschen zu langweilig. Dann gehen wir mal zum Beispiel auf den Spektral-Ozillator. Der ist ganz neu und jetzt sagt er mir hier Drop Sample hier. Also er möchte ein Sample haben. Jetzt gehen wir hier oben auf diesen Browser. Wir erinnern uns, das hatte ich ja schon gezeigt. Und da habe ich mir zum Beispiel schon meine Samples abgespeichert. Hier sind Samples auf meiner Festplatte, normale Wave-Dateien und die kann ich im Prinzip dann hier anwählen mit Vorhöffunktion. Oh, eine Gitarre, die lade ich mir mal hier rein. So, diese Gitarre wird jetzt spektral erfasst. Das passiert auf der Analyse-Seite. Es wird ein spektraler Abdruck gemacht und ich kann dann diese Gitarre spielen. Also praktisch ähnlich, wie ich ein Sample spielen kann, nur und wir sehen, ich hatte eben hier glaube ich Presets ausgewählt. Die liegen auf dem Amplifier drauf, deshalb haben wir noch diesen Sound hier. Aber im Prinzip können wir jetzt einfach eine normale Höhlekurve oder eine Default-Höhlekurve dafür nehmen. Default ist am besten. Und hier hören wir schon, was passiert. Das ganze Sample wird praktisch gestretched, wenn man es so will. und es ist ja ein, wenn man so will, Spektralabdruck, den ich mir hier anzeigen kann. Ich kann das auch überblenden. Das ist die normale Wellenform und hier hinten sehen wir den Spektralabdruck. So sieht es ein bisschen aus wie bei Spectral Layers. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Abspielrichtung zu ändern. Ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen das Filter aufmachen, damit wir den ganzen Sound hören. Das war mal eine Gitarre. Man hört, glaube ich, was man hiermit machen kann. Also allerlei Schabernack kann man hiermit anstellen. Und ich möchte jetzt gerne hier direkt einen Effekt drauf haben. Gehen wir mal direkt in den Mixer rein. unter Depend. Und da finde ich hier den Programmbus. Der ist schon angelegt. Und da können wir Effekte reinlegen. Nämlich, es sind auch massenhaft neue Effekte hinzugekommen. Wir haben zum Beispiel jetzt die Reverbs, also beziehungsweise Reverence ist aufgepumpt worden. Dann haben wir hier ein neues Bass-Tape-Ducking-Delay mit dabei. Zum Songtempo synchronisiert. Und wir hören, was hier passiert. Also das ist im Prinzip ein Delay, was auch mal moduliert wird und was im Prinzip geduckt wird. Und naja, dann machen wir doch mal vielleicht besser ein normales Reverb drauf. Klingt sehr disharmonisch, das Ganze, aber mit dem Reverb könnte ich vielleicht so einen Drone-Sound relativ schnell draus machen. Und wenn ich jetzt in das Filter hier gehe, sehe ich hier so einen Echtzeit-Filterverlauf, den ich natürlich noch anschalten kann und kann mir hier oben mit so einem Spline-EQ, wenn man es so will, ein eigenes Filter hier einzeichnen. Das Sample selber kann ich hier noch bearbeiten mit Loop-Punkten. Kann hier einen Sample-Loop draus machen, wenn ich möchte und man hat halt hier die Loop-Punkte, die ich setzen kann, zum Beispiel ab der Abschnitt-Position. Und die Analyse-Funktion kann ich ändern. Also das Sample ist ja analysiert worden und hier gibt es unzählige Möglichkeiten, diese Spektral-Analyse noch mal effizienter oder weniger effizient zu gestalten. Kommt immer darauf an, was man hier reingibt. Also man bekommt immer wieder ein anderes, interessantes Ergebnis. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Also dieser Oszillator ist auch neu. Oder wir machen es ganz anders. Wir gehen hin und gehen in den FM-Ozzillator-Bereich. Wir haben hier eben das FM-Lab schon kennengelernt. Hier kann ich mir selber Instrumente bauen. Also das hier ist FM-Lab als selber Oszillator-Baukasten, wo ich im Prinzip alles aussuchen kann, wenn ich wirklich Instrumente selber erstellen möchte. Die gleichen Möglichkeiten. Ich habe hier für jeden Operator eine Übersicht. Ich habe diesen Finder. Ich kann auch hier importieren, wenn ich möchte. DX7-Sounds beispielsweise und kann hier zwischen Frequenz- und Level-Seite umschalten. Wobei ich sagen muss, grafisch ist das natürlich in dem FM-Lab ein bisschen besser gelöst. Aber hier kann ich zum Beispiel selber Instrumente bauen, weil man kann mit dem Hellion ja auch Kombi-Sounds bauen. Ich möchte gerne ein Instrument haben, das aus einem Layer besteht, der irgendwie einen FM-Anteil, so einen Anschlag, so einen Plug-Sound hat. Und der zweite Layer ist ein normaler Analog-Sund, der im Prinzip das Ganze dann doppelt, wenn man es so will. Das ist im Prinzip eine der absoluten Stärken des Hellion. Also wie gesagt, der FM-Ozillator ist natürlich ja auch neu, deshalb gehen wir jetzt hier nicht durch. Aber auch hier kann ich natürlich die ganzen Modulationsverknüpfungen machen. Also hier unten, wenn ich sage, ich möchte jetzt das ist jetzt hier kein dankbarer Oszillator-Typ. Gehen wir mal hier in so einen weiter. Oszillator 4 mal den mal hören. Oszillator 3 soll den 4 modellieren. Der Hall ist natürlich noch drauf. Machen wir mal ein anderes Frequenzverhältnis. Und der 4, der bestimmt natürlich diese Lautstärke. Haben wir schon einen schönen Plug-Sound. und jetzt gehen wir auf den 2er, der soll den 3er modellieren. Auch mit einem ganz kurzen Peak beispielsweise. Und zum Beispiel möchte ich gerne diesen Regler hier mit dem Modulationsrad einblenden, anwählen. Hier unten wird dann gelb angezeigt. Auf Plus klicken, Modulationsrad auswählen, Intensität eingeben und schon kann ich mit meinem Modulationsrad auf dem Master-Keyboard diesen Sound verändern. Also das ist auf jeden Fall möglich. Und wir gucken uns mal gerade an. Das kennt man vielleicht schon aus dem alten Helien. Im Programmmodus hier oben bekomme ich angezeigt, was in meinem Sound gerade hier vorhanden ist. Ich habe ja gestartet mit einem Analog-Synth-Layer. Das hat er noch so benannt, aber in Wirklichkeit ist es ja jetzt hier eigentlich schon ein FM-Layer. Deshalb müsste ich das hier umbenennen. Und hier sehe ich die Struktur meines Sounds. Hier kann ich beliebig weitere Layer hinzufügen oder weitere Oszillatoren. Wenn man es so will, eine Synth-Zone und hier dann beispielsweise direkt Kombi-Sounds machen. Und hier, der läuft jetzt unabhängig von dem ein bisschen weniger. Und schon klingt das Ganze hochinteressant. Und ich habe wirklich nur wenige Mausklicks gemacht. Und das hier sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als es ist. Aber das zeigt mir praktisch an, was in meinem Soundbaut-Kasten gerade hier am Start ist. Also, das sind ja Grundfunktionen des Helien. Und vielleicht, um mal gerade noch weiterzugehen, wenn ich jetzt beispielsweise, das ging ja vorher schon, mit Wavetables arbeite, kann ich einen Wavetable-Ostilator hier auswählen und kann von hier natürlich dann dementsprechend auch direkt ja in den Wavetable-Edit-Modus gehen, kann hier Samples reinladen, da werden dann Wavetables draus gemacht. Ich kann Samples selber bearbeiten, ich kann das Mapping über die Tastatur bestimmen, Layer-Sounds machen und was auch alles möglich ist. Ich kann diese MIDI-Module drauflegen, die ich möchte. Beispielsweise so ein Flex-Phraser kann das alles programmieren, in der Reihenfolge einrichten, wann was passieren soll. Und ja, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es geht verdammt viel. Oder wenn ich selber ja Sound samplen will, gehe ich auf den Rekorder und habe hier einen kompletten, eingebauten Sampler, wo ich über Sidechain hier oben selber Signale reingeben kann. Zum Beispiel kann mir aus irgendeinem anderen Plugin, wo ich vielleicht nur eine Demo-Version habe, die zehn Tage läuft, ein paar Sounds samplen und das wird automatisch geschnitten, automatisch gemappt und das geht rasend schnell. Das zeige ich übrigens in meinem Tutorial auch, weil das macht richtig Spaß, das Ganze. Ja, und wenn ich mit allem fertig bin und habe verschiedene Sounds gebastelt und würde diese Sounds gerne einem Kollegen geben oder für mich selber sichern, dass ich die auf einen anderen Rechner übertragen kann, gibt es den Create-Tab und hier habe ich die Möglichkeit, eine eigene Bedienoberfläche zu erstellen und das Ganze dann als eigene Library rauszuexportieren. Das ist, muss ich sagen, schon fortgeschritten. Da muss man einiges machen, aber nichtsdestotrotz, es geht auch und ich zeige das natürlich in meinem Tutorial auch. Jetzt können wir mal gerade in die Media Bay gehen und gehen mal in meinen User-Content hier rein und zum Beispiel habe ich hier Sounds im Tutorial selber gebastelt. Da habe ich zum Beispiel so einen Orchestron-Choir gehabt. Ziehen wir mal gerade drauf und laden den gerade mal. Klingt so ein bisschen alt, das ist der Original-Sound, der damals von New Order verwendet worden ist bei Blue Monday. Genau, dieser Chor ist es und für den gibt es im Prinzip hier unter Makro eine eigene Makro-Seite, die ich gebastelt habe mit verschiedenen Reglern, die ich hier nutzen kann, um den Sound jetzt beispielsweise, wenn ich möchte, zu ändern. kann hier bestimmte Dinge einblenden und ja, alles mögliche mitmachen oder beispielsweise habe ich ein Drum-Set gesampelt und nutze den internen Drum-Player, den gibt es im Hellen auch, um diese Sounds von dem alten SDS-5 von Simmons, um die im Prinzip dann spielen zu können. Auch das geht alles selber gebaut, dauert auch gar nicht lang, ich glaube, so ein Kapitel dauert 20 Minuten, wo ich das zeige und dann wird natürlich dann hier so eine Makro-Page erzeugt und am Ende des Tages exportiere ich das alles als ein Library-File, sodass, kann man mal gerade sehen, bei All Presets Factory, dann taucht das Ganze hier mit auf. Das ist also meine Hellen-7 Praxis-Library mit diesen Sounds drin und jeder, der dieses Library-File hat, macht einen Doppelklick drauf und kann das dann in seinem Hellen-7 oder in seinem Hellen-Sonic-7, der kostenlos ist, nutzen. Und dieses Praxis-Sound-Set ist natürlich mit dabei bei meinem Tutorial, sodass man da selber alles auch nachvollziehen und ausprobieren kann, was ich gemacht habe und kann sich das nochmal anschauen. Wird natürlich Schritt für Schritt gezeigt, wie das Ganze geht. Ja, ich würde sagen, das war mal an dieser Stelle hier ein ganz grober Überblick über den Hellen-7. Es gibt an vielen kleinen Stellen Detailverbesserungen, sei es jetzt auf den Option-Seiten, wo man dann Einstellungen macht, das ist alles so ein bisschen konsolidiert worden, sodass man hier ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten, einen besseren Überblick hat, sei es auf den Edit-Seiten, auch hier kann ich mir alle Module gleichzeitig anzeigen lassen oder gezielt einzelne Module, die Modulation ist neu, natürlich diese neuen Sounds, gerade die FM-Engine oder der Spektral-Ozillator ist neu. Im Wavetable-Generator hier hat sich einiges getan, da kann ich auch noch ein bisschen mehr machen oder beim Wavetable-Ozillator. Also überall an allen Ecken und Enden ist was passiert und deshalb ist für mich der Hellen-7 natürlich wirklich ein super Update. Wir haben ja auch lange genug warten müssen und vor allen Dingen, es läuft ab sofort ohne Dongle, das ist für mich mit das Wichtigste überhaupt. Ich kann jetzt im Prinzip endlich den Dongle ausmisten, weil im Moment gibt es glaube ich sonst nichts mehr, was den Dongle noch benötigt, selbst die Absolute-6-Collection, natürlich auch Dongle-frei, die restlichen Instrumente, die da drin waren, Triebwerk und sowas, läuft dann alles ohne Dongle. Und ja, was haben wir beim Hellen noch? Klar, wer mit Apple arbeitet, das Ganze ist natürlich jetzt nativ Apple-Silicon-fähig und läuft unter den aktuellen M1- und M2-Chips und hat eine Wahnsinns-Performance, wie ich finde. Und trotz der Komplexität dieses Instruments bin ich wirklich immer wieder überrascht, wie Steinberg das hinbekommt, dass die Rechenleistung dieses Tools, des mächtigen Tools doch so moderat ist, dass man da wirklich auch auf einem Mittelklasse-Rechner massiv viel machen kann. Und ich schalte jetzt nochmal um. Wir hören uns mal gerade ein finales Projekt an von mir. So, das ist jetzt was, was ich gemacht habe für mein Tutorial. Praktisch, das ist die Trailermusik. So sieht es aus, wenn ich arbeite. Ich sage hier immer, bitte schön, Spuren benennen, einfärben, aber man kennt das, wenn man selber mit dabei ist und ist hier gerade am Basteln, dann vergisst man das schon mal. Und was ich hier gemacht habe, ich habe hier wirklich also nur teilweise neue Sounds benutzt oder ein paar Sachen, ein paar Soundeffekte aus der Cubase Library und habe dann hier halt diese diese Sounds drin oder so ein Sound. Das ist aus der neuen FM-Engine und solche Klackerloops und natürlich sowas, ein Chor. Den haben wir eben gehabt. Das ist der Chor, den ich gebaut habe plus ein paar Loops dabei und dann haben wir hier oben noch hier einer meiner Lieblings-Sounds. Nutze ich schon öfter mal. So, ein richtig schönes. So, und ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns jetzt einfach mal an, indem ich mal umschalte und mal kurz den Trailer laufen lasse, den ich mit diesen Sounds hier gemacht habe. In meinem Haylin 7 Praxistutorial erkläre ich das wohl umfangreichste Instrument von Steinbeck im Detail. Köder Das ist das 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.